Die Ehe Die Tiefe emotionale Verbindung zwischen zwei Menschen. Eine glückliche Ehe. Sie kann ein Hafen der Geborgenheit sein, ein Ort, an dem man sich verstanden und geliebt fühlt. Der Beginn eines neuen Kapitels, in dem zwei Herzen im Einklang schlagen und gemeinsam die Herausforderungen des Lebens meistern. Casey und Alex Vor sechs Jahren lernten sie sich kennen, auf einer Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes. Und vom ersten Moment an, da spürten sie diese besondere Verbindung. Alex, ein charismatischer und gut aussehender Mann. Sein strahlendes Lächeln, es verzauberte Casey sofort. Sie verbrachten den ganzen Abend miteinander, lachten, tanzten und redeten über ihre Träume und Ziele. Es war, als würden sie sich schon ewig kennen. In den folgenden Wochen und Monaten, da vertiefte sich ihre Beziehung. Sie verbrachten unzählige Stunden miteinander, erkundeten gemeinsam neue Orte, teilten ihre Leidenschaften. Alex, er führte Casey zu ihren ersten Wanderungen in die Berge, während sie ihm die Freuden des Kochens näher brachte. Ihre Liebe, sie schien grenzenlos. Freunde und Familie freuten sich mit ihnen. Eines der schönsten Erlebnisse ihrer Beziehung, eine Reise nach Italien. Und es war während dieser Reise, als Alex Casey einen Heiratsantrag machte. In einem kleinen, gemütlichen Restaurant bei Kerzenschein und einem Glas Rotwein kniete er sich vor ihr nieder und fragte, willst du den Rest deines Lebens mit mir verbringen? Tränen der Freude liefen über Cases Wangen, als sie Ja sagte. Die Planung der Hochzeit begann bald darauf. Casey war voller Vorfreude. Sie konnte es kaum erwarten, Alex zu heiraten. Sie wählte das perfekte Kleid, plante jedes Detail der Zeremonie und freute sich darauf, den schönsten Tag ihres Lebens mit Familie und Freunden zu teilen. Doch der Abend vor diesem besonderen Tag erbrachte eine schockierende Wendung. Je näher der Hochzeitstag rückte, desto nervöser wurde Casey. Manchmal schlichen sich kleine Zweifel ein. Doch sie schob sie beiseite, überzeugt, dass Alex der Richtige für sie war. Dann, am Abend vor der Hochzeit, war Casey allein in ihrem Hotelzimmer. Sie ging die letzten Vorbereitungen durch, als ihr Handy vibrierte. Eine anonyme Nachricht erschien auf dem Bildschirm. Ich würde ihn nicht heiraten. Wirst du es tun? lautete die Nachricht. Verwirrt öffnete Casey die angehängten Screenshots. Sie konnte ihren Augen nicht trauen. Die Nachrichten zeigten eindeutige Beweise für eine Affäre zwischen Alex und einer anderen Frau. Freizügige Texte, intime Fotos. Alex hatte sie betrogen. Casey war am Boden zerstört. Der Mann, dem sie ihr Herz geschenkt hatte, hatte sie hintergangen. Tränen strömten über ihr Gesicht, während sie die Nachrichten immer wieder durchgingen. Die ganze Nacht kämpfte sie mit ihren Gefühlen, Wut, Trauer, Enttäuschung und eine überwältigende Verzweiflung. Am Morgen der Hochzeit entschied sich Casey, die Zeremonie nicht abzusagen. Stattdessen zog sie ihr Brautkleid an mit festem Entschluss und einem Plan im Kopf. Sie machte sich auf den Weg zur Kirche. Sie versuchte, die Fassade aufrecht zu erhalten, doch innerlich kochte sie vor Wut und Schmerz. Als Casey die Kirche betrat, sah sie Alex am Altar stehen. Ein Lächeln auf den Lippen, nichts ahnend. Ihr Herz schlug wild, aber Casey hielt die Fassade aufrecht. Die Zeremonie begann, wie geplant. Doch als der Moment kam, an dem sie ihre Gelübde vortragen sollte, trat Casey einen Schritt zurück und schaute in die Menge. Heute wird es keine Hochzeit geben, begann sie mit zitternder Stimme. Die Gäste starrten sie verwirrt an, konnten nicht glauben, was sie da hörten. Casey zog ihr Handy hervor und begann, die Nachrichten vorzulesen, die sie am Vorabend erhalten hatte. Mit jedem Wort wich die Farbe aus Alex' Gesicht. Er konnte nicht mehr leugnen, was er getan hatte. Casey sah ihm direkt in die Augen, während sie die Nachrichten vorlas. Er hatte nichts zu seiner Verteidigung zu sagen, stand nur da, bleich und sprachlos. Die Menge war entsetzt. Einige Gäste wischten sich Tränen aus den Augen. Beschämt verließ Alex die Kirche. Doch Casey stand stark vor den verdutzten Gästen. Heute wird es keinen Hochzeitsempfang geben, sagte sie. Aber wir werden dennoch feiern. Wir feiern die Ehrlichkeit, die wahre Liebe und den Mut, seinem Herzen zu folgen, auch wenn es wehtut. Die Trauer, die sie verspürte, wandelte sich in eine unglaubliche Stärke. Sie wusste, dass sie etwas Wichtiges bewahrt hatte, ihre Selbstachtung und die Wahrheit. An diesem Abend, der so schmerzhaft begonnen hatte, feierte Casey mit ihren Freunden und ihrer Familie eine Wahnsinnsparty. Sie beschlossen, dass der Tag, der ihr Schlimmster hätte sein sollen, ein Tag der Befreiung und des Neuanfangs sein würde. Sie hatte nicht nur sich selbst, sondern auch allen Anwesenden gezeigt, dass wahre Stärke darin liegt, für sich selbst einzustehen und die Wahrheit zu sagen, egal wie schwer es fällt. Casey begann, ihr Leben neu zu ordnen. Sie konzentrierte sich auf ihre Karriere, verbrachte mehr Zeit mit Freunden und Familie, fand neue Hobbys, die ihr Freude bereiteten. Sie entdeckte, dass das Leben auch nach einem solchen Schlag weitergeht, dass es immer wieder neue Möglichkeiten gibt, Glück zu finden. Jede Erfahrung, so schmerzhaft sie auch sein mag, trägt dazu bei, uns zu dem Menschen zu formen, der wir sind. Ein Jahr nach der geplatzten Hochzeit, Casey hatte viel über sich selbst gelernt. Sie verstand, dass wahre Liebe nicht nur aus Romantik besteht, sondern auch aus Respekt, Vertrauen und Loyalität. Sie war entschlossen, sich nicht mehr mit weniger zufrieden zu geben. Die Narben ihrer Erfahrung, sie waren noch da, aber sie trugen auch die Zeichen ihrer Heilung und Stärke. Manche sagen, die beste Rache sei ein gutes Leben. Und Casey lebte genau das. Sie hatte die Vergangenheit hinter sich gelassen und blickte hoffnungsvoll in die Zukunft. Sie wusste, dass sie eines Tages die Liebe finden würde, die sie verdiente. Eine Liebe, die auf Ehrlichkeit und gegenseitigem Respekt basiert. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von dieser Geschichte haltet. Und wenn sie euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für weitere spannende Geschichten. Danke fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal.